ist gerade aufgefallen dass es nicht runter geht oder also wir haben volle normale haxen zweieinhalb goldene waren das vorher mehr goldene dich neu das holz dazu erweitern wir erst unsere plattform so 25 stück gut also das hier ich bin ich am nullpunkt ist noch so eine sache aber ich definiere das jetzt unseren neuen nullpunkt heißt wir gehen von hier aus müsste ich hier noch ein baum ich weiß nicht was man abstellen egal 1 2 3 4 wo ist norden sonne geht da ist nun richtig außen geht die sonne auf ja die hat hier die sie direkt aber ja wenn sie darauf geht es da osten dann geht sie jetzt gerade nach westen und da ist noch eine karte wir haben kein kein journal blubdiwub oder andere map mods sei es drum wir haben jetzt hier machen wir die baumfarmen einfach nur durch so einen kleinen streifen rechts und links daneben kraft sachen wir haben hier so 1 2 3 abstand das heißt hier können die maschinen drauf h 0 manual h trophy was auch immer dann wurden muss man nicht unbedingt reingucken wir können die werte doch im boden einlassen dass wir vielleicht sicherer ja und das andere bräuchten wir auch schon mal wurden nicht bärl aus der crucible 06 blöcke blöcke Und langsam müssen wir noch nicht mehr ganz so sehr darauf achten, ob wir jetzt wirklich alle Setzlinge runterkommen oder nicht. Die Setzlinge brauchen wir jetzt momentan nur noch für Dirt und Dirt brauchen wir auch nur unbedingt gerade. Also werden wir gleich brauchen, sobald das Sieb da ist. Jetzt geht's. So, neun setzen, neun setzen ist schon, dich einmal rausnehmen, dich wieder voll machen, damit schön nebenbei laufen kann. Wie, uns fehlt einer. Was war da unten? Das ganz normaler Planke, okay. Oh, Crucible. So, da können wir Wasser herstellen. Also entweder einfach nur Leaves reinschmeißen und dann quasi da drauf kann was spawnen. Das ist nicht gut funktionieren. Wenn ich was drauf setze, dann kommt kein Regenwasser rein. Brauchen wir nicht. Guck, wie schnell sich das füllt. Da ist jetzt schon genug Flur drin. Also nicht für ein Bucket, ja. Aber man kann recht einfach so auch Flüssigkeit herstellen. Wir müssen also nicht wirklich auf den Regen warten. Der Regen ist ein netter Bonus, gerade wenn man später mehrere von den Dingern hat. Aber ich denke, wir können auch so einigermaßen klarkommen. Holz, Holz, Holz. Da können wir gleich alles mit Sticks zerlegen, damit wir gleich mehrere Crooks herstellen können. Es gibt aber noch andere Crooks später. Ich glaube, es gab noch einen Knochen-Crook, der war besser. Aber dafür müssten wir eine Spawn-Plattform erstellen. Und vorher hätte ich eigentlich ganz gerne irgendein Schwert oder sowas in der Richtung. Oh, eine Pfanne. Wir kriegen noch die... Hä? Hä? Das ist jetzt ungünstig. Ich sollte mir echt angewöhnen, die Quest erst abzuschließen, bevor ich die Sachen platziere. Aber wir brauchen einfach noch einen zweiten. Wegen, falls Wasser kommt oder so. Wobei es schade, ob das Holz ist. 200 Wasser. Wir brauchen 1000 Millibucket, ne? Nicht 100. 5 Holz. Lecker. Quest. Detect. Okay. Squids. Dafür bräuchten wir aber erstmal eine Bucket. Also das für später. Dich neu setzen. Wasser ist raus, ja. Das war abzusehen. Hier drauf kann auch was bauen. Das ist nicht sehr nett. Müssen wir später dran denken, sobald oben der Basis groß genug ist. Also Sieb ist der nächste Schritt. Das können wir dann doch... Ich würde es ganz gerne hier hinbauen. Gucken, wie es aussieht. Sieb. Dafür brauchen wir ein Sieb-Net. Und das Sieb-Ding selber. Da brauchen wir noch ein paar mehr Holz-Chigimi-Diggis für. So. Gut. Und aus den Pferden... machen wir ein String-Mesh. Da drauf. Das würde ich ungern im Boden einlassen. Nur für den Fall, dass es irgendwie durchfällt. Das wäre... Schön. Also das Zeug, was wir dann gleich sieben... Jetzt schmeißen wir da Dich rein. Halten einfach gedrückt. Und kriegen unsere ersten Ressourcen. Oh ja. Jetzt, wie gesagt, wichtig, dass wir Dich immer schön voll haben. Mehr, 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 mehr. Und Quest checken. Quest sagt, wir brauchen... Das habe ich schon... Gut, das haben wir weiter. Wir haben die Stone Pebbles. Gut. Wir brauchen ein Bruchstein. Warum habe ich das auf Deutsch umgestellt? Ich dachte, die Quests werden vielleicht auch übersetzt. Nein. Das ändere ich dann wahrscheinlich noch. Bruchstein. Bruchstein. Steinzeit reicht. Yay. Neu auffüllen. Zweier Copper Credit. Der Shop. Ah. Okay. Wir können hier für sechs Copper Credit und einen Cupro Nickel Credit, die kann man bestimmt auch irgendwie hoch kombinieren, könnten wir 32 Bruchsteine bekommen, also wenn ich keinen Bock habe, jetzt durchgehen, hier zu grinden. Ich denke, darauf werde ich eingehen. Auch in Eurem Sinne. Ich meine, wir sind jetzt bei 40 Minuten oder was und wir sind schon gut vorangekommen. Das ist okay. Ich denke, wenn man das total blind gemacht hätte, hätte es noch einen Ticken länger gedauert, aber ich habe hier halt schon Agrarian Skies. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Manual Edge hier. Ein Hammer. Let me smash. Mit etwas Cobblestone solltest du deinen ersten Steinhammer machen können. Mit ihm bist du in der Lage, Cobblestone zu Gravel, Gravel zu Sand und Sand zu Dust zu machen. Jo, das klingt gut. Ich habe... Jetzt brauchen wir bald eine Kiste. Und ich habe das Gefühl, wir bräuchten bald mehr Platz. Wir bleiben vorher erst beim Holz als Baumaterial. Aber ja, sobald der Cobblestone-Generator da ist und ich hoffe, es gibt einen einfachen, angenehmen. Nicht, dass ich da durchgehend dran vorhocken muss. Sobald wir genug Steine durchgehend haben, wird die nächste Plattform dann wieder auf Steine gemacht. Weil Feuer ist doof. Und Holz brennt. Von den Greg-Tag können Sachen recht leicht explodieren. Auch Sachen, die hundere Stunden gebraucht haben. Dann kommt da ein Regentropfen drauf und alles ist weg. Ich habe schon mehrfach Greg-Tag-Gerage-Credit wegen sowas. Inzwischen geht es einigermaßen. Aber früher war es extrem. Ja. Wo bin ich gerade bei? Ich wollte gerade genug Sachen herstellen, damit wir die Plattform erweitern können. Okay, dicht da hin. Da drauf. Erweitern für... Erstmal 2 rum. Machen wir erstmal gleichmäßig. Gleichmäßig ist gut. So. Wir haben von der Mitte aus 1, 2, 3, 4. Von hier aus 1, 2, 3, 4. Dann haben wir drüben auch noch Platz für Maschinen und ähnliches. Irgendeine Rilling außen drohen muss man noch warten. Dance, dance, dance. Dann bauen wir jetzt jetzt den Hammer. Und zerklopfen den Stein. Und dann kriegen wir jetzt Gravel und Sand. Und in Gravel und Sand sind andere Ressourcen drin. Also sowas wie Redstone ist dann in Sand drin. In Gravel hat man schon Flint. Und ich glaube in allen drei Varianten hatte man damals drei verschiedene Arten von... Also in jeder Art Sand, Gravel, Dust. Jeweils eine Art von Iron drin. Das heißt, du hattest Sand, Iron, Gravel, Iron und Dust, Iron. Und die konntest du noch hoch kombinieren. Jeweils zu eigenen Unterarten. Ich glaube, das haben sie inzwischen vereinheitlicht, damit es einen Ticken angenehmer ist. Also auch fürs Inventarmanagement. So, haben wir jetzt genug. Brauchen bestimmt Sticks für das Ding. So, wir hätten gerne einen Hammer. Es gibt keinen Quadruple Hammer. Das ist das, was ich vorhin meinte, was es eventuell einfacher machen würde. Schauen, wie sie es hier gelöst haben. Also Stone Hammer. Können wir die hier auch zerhämmen? Können wir die hier auch zerhämmen? Crushed UnderSide. Können wir Crushed UnderSide auch zerhämmen? Ich glaube, sieben. Nein. Yay. Okay. Okay. Das machen wir den Hammer jetzt fertig. Genau. Detect. Dann sollen wir Keys herstellen. Wir haben gerade null. Ich wiederhole null. Bruchstein. Cobblestone. Ich denke, wir wuseln uns noch schnell einen Bomben her. Good girl. Und stehen in die erste Kiste her. Oh, der hat diesen Auto-Tool-Replacer drin. Das heißt, mal einer gucke, wurde gerade verbraucht. Er hat automatisch in den Listen. Oh, das ist nett. Holz. Holz. Mal gucken, ob die Truhenrezepte überhaupt da sind. Ja. Okay. Wenigstens das. Das heißt, wir machen jetzt hier hier brauchen wir Haarschläpps. So. Ich mache jetzt hier eine hin für alle Sachen, die gesiebt werden. die wir im 7er ausbekommen. Sowohl für den Dirt als auch Stein. Also was auch immer. Den Rest behalten wir erst mal im Winter. Oh, wir haben doch mehr Stone Pebbles. Das heißt, wir nehmen jetzt die Cobblestone hier. Und da hämmern wir uns da durch. Wir haben jetzt Kies. Checken wir. Kies ist da. Machen wir dann Sand. Und dann Dust. Oh, das war schon. Gibt es das überhaupt noch? Flint aber kein Stahl. Clay. Flint ist ein Early-Game-Tool-Material. Es kann von Gravel bekommen werden. Die normale Vanilla-Mail-Wick oder mit einem Mortar. Normaler Vanilla. Ja, jetzt haben wir gerade alles zerklopft. Oh, ich gucke mal, was da mit dem Sand jetzt ist. Also Sand kommt raus. Nix. Willst du mich verarschen? Es gibt Dust. Und Dust können wir nicht sieben. Was? Es braucht ein Tin-Ledierungs-Netz. Ah, das ist neu. Das ist definitiv. Oh Gott. String-Mesh. Okay, jetzt haben wir die ganzen Erze. Die bekommen wir aus... Crushed Granite. Kies. Crushed D-Ride. Okay, das eine, was ich vorhin ausprobiert habe, diese Orangen, ist das einzige an Crushed-Sachen, die wir nicht zerlegen können. Aber jetzt hier Granite zum Beispiel, könnten wir komplett nehmen. Machen wir mal ein Pile. Hello? Ach so, wegen Haar-Slap. Lololo. Gut. So kommen wir in die ersten Metalle gleich an. Auch wenn wir da vielleicht kurz warten sollten. Genau, Feuerstein machen wir erst mit dem Kies. Da haben wir jetzt unser Gravel. Das müssen wir einfach nur immer wieder abbauen. Also Mortar wird später das Mittel der Wahl sein. Oh, da ist einer. Sehr gut. Feuerstein. Detect. Claim. Gut. Erste Werkzeuge. Wie du vielleicht mitbekommen hast, kannst du keine Holzwerkzeuge herstellen. Joop. Du kannst jedoch Flint-Werkzeuge vom Gratet herstellen. Alle Gratet-Tools sind nicht in J drin. Nur die Darm-Stundium-Version. Du kannst jedoch auf sie klicken, um ein Rezept für alle Versionen von den Tools zu bekommen. Also es ist halt immer dasselbe Konzept. Man braucht halt immer die Stange, man braucht immer den Kopf und solche Sachen. Und damit kann man die Sachen halt zusammenlegen. Und das kann man aus so gut wie allen Gratet-Materialien machen. Und die haben halt entsprechende Stats. Also genauso wie bei Silent Gears. Also ähnlich wie bei Silent Gears, sondern ähnlich wie bei Tickers Construct. Wir müssen einmal alles herstellen. Das... Ja... Das Meistens brauchen wir noch gar nicht. Hm. Da... Kann ich auch nicht mal gucken. Aber doch hier. Flint-Shubble. Also ne? Hier. Shubblehead, Magnesium, Inva, Naquada. Und halt jedes verschiedene... Nur Uranschaufel. Wind-Shubble, das kann ich auch noch nicht. Ha. Na gut. Ähm... Also zwei Sticks. Wobei ne Schaufel brauchen wir nicht wirklich. Pickel. Also brauchen... Eine ganze Menge an. Oh Gott. Okay, jetzt kommt der Grind. Wir brauchen eine ganze Menge an... Dirt. Wir brauchen eine ganze Menge an... Äh... Cobblestone-Dinger zu bekommen und die dann weiterzulegen. Wir können auch nur die... Stone-Dinger zu Gravel machen. Vielleicht lieber erstmal so ein Mortar herstellen. Mortar. Ja. Oh je. Das sind fünf Steine und zwei Metalle für einen Mortar. Ja, wir bräuchten dafür auch erstmal ein Furnace. Okay, ein Furnace. Nicht aus Crush. Crush müssen wir gleich. Okay, an der Sieg geht schon mal nicht. Oh, noch ne Kiste. Äh... Zuallererst ne Axt. Ich bin definitiv für ne Axt. Wir könnten das Gravel jetzt... Lass mal alles wieder weg. So. Ähm... Können das Gravel jetzt von Hand machen, bis wir die Axt haben. Wobei die Schaufel würde helfen. Dembei müssten wir auch mit dem Krupp durchgehen, die ganzen Bäume noch machen. Eventuell muss ich eine kleine Kleinenpause einlegen. Also dass ich jetzt einfach 30 Bäume oder was hier alle nach und nach weg wusel, um die Ressourcen zu bekommen. Oder man macht es irgendwie intelligenter. Weil es geht ja primär ums Automatisieren. Aber wir haben noch nicht wirklich viele Methoden zum Automatisieren. Am Teil geht es eher nur darum, das effektiver zu gestalten. Also soll das durchgehend der Komposthaufen hier läuft. Eventuell dann einen zweiten Komposthaufen noch herstellen. Äh... Vielleicht gucken, was für andere Crocs es noch gibt, außer Knochen. Ja, sowas hier zum Beispiel. Die ganzen komischen Pebbles, die wir da übrig haben, können wir jeweils aus dem Krupp machen. Okay, die werden auch bestimmt länger halten. Gib mir... Komische Andeside Pebbles. Bam. Vielleicht haben wir noch mehr Ausbeute. Echt, das wird eine Haltbarkeit sein. Da sind gerade zwei rausgesploppt. Hm. Äh. Also. Holz abbauen. Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir nur die Leaves abbauen, um Dirt zu bekommen. Um mehr Gravel zu bekommen. Ne, um mehr Stein hier zu bekommen, um den ersten Mortar herzustellen. Stone Pebble. Dirt hat man ganz schön viel. Aber aus Dirt können wir kein Furnace herstellen. Ja, okay. Also Furnace ist der nächste Schritt, wenn wir in Richtung Mortar gehen wollen. Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Also brauchen wir jetzt genug Stein. Immer noch. Äh. Tüt, 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 tüt. So. Also immer schön vorsichtig sein, nicht den letzten Zeppling zu bebrauchen. Einfach machen wir das hier kurz weg. Setzen die vier Zepplinge hin. Auch wenn das jetzt schwierig ist, weil es muss wirklich nur irgendwie ein Blatt noch da sein. Und mit den Crooks kriegen wir dann so gut wie immer dann ein Zeppling raus. Das passt schon. Trotzdem vielleicht hier mal so ein, zwei reinsetzen. Okay. Boop. Ah. Vielleicht gucken, ob das Furnace-Rezept anders geht. Furnace. Oh, oh. Das Spiel will nicht, dass wir den Mortar schnell und einfach herstellen können. Okay. Ähm. Das muss warten. Also nein, die Axt will ich auf jeden Fall haben. Wir machen jetzt oldschoolig. Hm. Ja. Oldschoolig. Das Gravel. Können wir das vielleicht noch irgendwie anders machen? Äh, Flint. Es gibt keinen Flint. Ja, da ist der Mortar. Oh, man kann es direkt rausbekommen, wenn man Gravel siebt. Aber 25% Chance, ne? Und dann ist das Gravel halt weg. So kann ich es ja immer wieder so lange neu benutzen, bis wir das Gravel bekommen. Also, ne. Ganz viele Stats. Und jetzt. Compressed Flint zu Feuerstein. Automatische Sieben. Da sind wir schon bei 2 und 3, goody, so, Durable 550 von 55, dann gucken wir es auch reparieren können mit Flint, auch wenn wir davon nicht gerade viel übrig haben momentan, aber das wird sich alles nach und nach ändern, also das Konzept ist ja primär, Sachen sind am Anfang schwer nervig und dann findet man nach und nach Sachen, um das zu vereinfachen und angenehmer herstellen zu können und irgendwann wird es automatisch hergestellt und es ist eigentlich gar kein Faktor mehr. Das merkt man bei Gregtag schon recht stark, weil es halt so verfiebt, unangenehm ist am Anfang. Ja, so, ich denke ich werde jetzt ein bisschen offline grinden, das heißt wir machen, ich brauche nicht wirklich mehr Platz, ich kann ja immer wieder hin und her gehen und hier wigglen, um die Bäume hochzubekommen. Ja, also ich werde jetzt für, keine Ahnung, so 10 Minuten oder so Holz hacken, primär die Blätter abbekommen, Erde herstellen, noch im zweiten und dritten Fass vielleicht, die Erde dann sieben, um Steine zu bekommen, den Stein, ja das Verwerten von den Steinen müssen wir gucken, zu was, weil ich denke wir sollten, au, Ofen, wie jetzt? Wie in Vanilla mit 8 Koppelsteinen solltest du einfach ein Furnace machen können. Nein? Oh, ging es vielleicht nur nicht wegen, äh, warte, 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 warte bauen zu können, genug Saplings zu haben von Vorort und so weiter. Aber wir können jetzt noch die Quest davor machen. Dann kann ich nämlich vielleicht so einfacher an Gravel und ähnliche Sachen rankommen. Auf dieser Seite haben wir noch nichts, ne? Oh ja, genau. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Questbuch. Claim. Dich dahin. Es gibt kein Holz, Gott. Okay. Ähm. Das Ende-Site wollte ich jetzt zu dem besseren Ende-Site machen, also zu dem glatteren Ende-Site, um daraus dann den... What the fuck? Ich will keinen Schein-Gniss-Platten. Ich will ein Mortar. Stone, Stone. Stein. Chisels-Stein. Okay, es geht auch nicht mit Ende-Site. Ende-Site und anderen Kram ist echt... Boah. Ja. Aber gut, wir können ja das Stone zu Smooth Stone machen, Smooth Stone zu dem anderen Kisselzeug und damit dann den ersten Mortar herstellen. Aber dafür brauchen wir jetzt mal noch Stein. Das heißt, wir sehen uns dann gleich nächste Folge wieder mit hoffentlich genau Stein und Sapling und vielleicht ein bisschen Erde. Und ich denke mal dann auch noch eine zweite Kiste. Also die linke Kiste ist ja komplett für die siebten Kisten und die rechte Seite ist einfach für alles andere. vorerst. Oh, wir können die ganzen Silkworms... Das machen wir hier mal so einen Notbestand an vier Silkworms. Vier davon. Äpfel nicht unbedingt. Und den Rest können wir ja auch zerlegen. So. Können wir ja auch da reinschmeißen. Das habe ich ganz vergessen. Ah, das macht es angenehmer. Okay. Also, wir sehen uns wieder mit mehr Barrels und Ressourcen. Bis gleich.